So dann herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part, Mafia 3, die vom Leben gefickten, so wie meine Mause, die ist auch gefickt. Na, schicken wir. Und außerdem hat er gut mitmessen. No. So, jetzt können wir stoffen. Stiehlt den Dreck. So. So. Und dann können wir sie. Och. So. Scheiße. Gib mal den. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Kinderstube verschwinde. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist der kleine Fisch? Ist der mein Fisch hier? So... Jetzt am Koffentusch. Wo ist der Polizist? Da geht er! Da fühl man zusammen. Kann er ja? Ja... Rede mit, Niki! Wie ist der Polizist? Das ist der Polizist. Da geht es. Okay. Hallo, Mann, wie kommt es dir? Na ja, wäre es gut fürs Geschäft, nicht? Nein, Alter, du bist der Tor, du kannst doch wohl in die Uhr sein. Kann er ein Rinder mehr, wie wir nicht? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Kannst du mir was dazu sagen? Ich hätte deswegen es bereits so mit dir umgegangen. Also, ich habe mich überhaupt verpasst, aber... ...he mir das nicht mehr lebt. Nein, das ist er nicht. Also, was meinst du dazu? Ich... Ich habe kaum je irgendwas gehabt. Oder irgendwem. Und das bisschen, was ich hatte, hat man mir weggenommen. Also, wenn es da draußen niemanden gibt, dann ist es egal, was er ist. Also, ich plane, wie ich meinen Vater für den verdammten Leben war. Scheiße. Er war alles, wenn ich... ...auf dem Tag des Tages, dann hat er mich so angesehen. Was wusste ich? Was war's? Was war's? Was war mein eigener Vater? Wenn du den Rücken kehren willst, ist deine Sache. Verdient hat er das in jedem Fall. Aber egal, wie du dich entscheidest. Frag dich, ob du damit leben kannst. Hat mir meine gedauert, aber schließlich ist der nicht immer... ...und ihn vollmachlich. Und das wäre da mal eine Anzeige in der Richtung zu sehen. Komm los, und hau sie alle weg. So fast. Dann machen wir das. Dann machen wir das mit dem Video. Bis dann, und ciao. Einmal. Okay.